Hallo, mein Name ist Emilia. Ich komme aus Frankfurt, Deutschland. Ich suchte eine gute Zahnklinik, wo ich hübscher werde, meine Zähne natürlich. So komme ich auf Istanbul, hier die Klinik und der Ugur, per WhatsApp immer erreichbar, hat mir erzählt, wie das auch vor sich geht. Hotel hat er organisiert, war prima, sehr schönes Hotel. Und der Dr. Yilhan und der Dr. Gurkan haben mir sehr gut geholfen und ich bin zufrieden. Ja, super und ich empfehle die Klinik, Maltebe Dental Klinik. Bitte kommt hierher und vom Preis ist das natürlich sehr, sehr viel günstiger und tolle Leistung. Ja, das war's. Das war's.